Yo, servus Leute, jetzt zeige ich euch, wie ich den Hobotometer überdrehe. Kilometerstand 129,97 Kilometer, Meter 41 Leute. Zack, dreht sich rasend schnell. Sorry, wegen dem Fail eben gerade. Aber sonst läuft's gut, Leute. Wartet mal. Zack, dreht sich wieder rasend schnell. Tja, so schnell geht das, Leute. Zack, dreht sich wieder schnell. Und nochmal. Zack. Letzte Runde. So, Leute, ich hoffe, es hat euch mein Video gefallen. Wenn euch das gefallen sollte, gebt mir einen Daumen hoch. Oder abonniert mich. Und ich hab's unten in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.